Ich will Minecraft free, ich will Minecraft free Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Essen langsam Ich hab zwei Was hast du zwei? Zwei Fleisch oder so Okay, ich bin am Brot backen, ne? Ja, boah, bist ja lieb Also ich hab grad eins gebacken und gleich gegessen Wie immer Wach morgens auf Weil er hat gekocht, aber nix mehr da Naja, komm Das stimmt nicht, also ich koche, aber Aber manchmal Manchmal esse ich halt schon davor Weil du isst gerne mehrmals, ne? Warum nicht? Naja, bin nix dagegen, greif mich nicht an, ey Hat jemand von euch Dinger? Das sieht auch nicht gut aus Aber dann mach ich das auch weg Was? Ah, ich, ne, ist okay Wie redest du? Das war meine Antwort Okay Sascha, hast du Samen am Start? Ich hab jetzt kein Holz Was? Hast du Samen am Start? Ähm, ich weiß nicht Gummala Samen, ja, zwei Stück Was hast du denn zu essen, ne? Was hast du denn zu essen? Alter, der baut da einen Riesenteil, der Kranke Wer? Sascha Ja? Ist doch gut Das, ne, mir nochmal So Ich hab schon was zu essen Aber ich hab zu wenig Oh, ich bin gestorben Warum? Mann Du bist auf dem Boden gebrettet Ja Du bist ja dumm Aus meinem Zimmer in den Keller Aber ich kann wieder alles aufheben Ist nicht schlimm Nix passiert Bist du gleich wieder da gespawnt, wo du gestorben bist? Ich bin gleich an meinem Bett gespawnt Ich hab ein Hühnchen, Jungs Boah, ich hab zwei Hühnchen Geil Mach ich zu Jetzt gibt's Chicken für alle Erstmal so Vielleicht nachher Glas oder so Kommt Hühnchen Ah, wenn ich schon dabei bin, dann mach ich doch Ja, der stimmt Ich brauch ne Axt Aber das Problem ist, ich hab ja keine Axt Aber das ist kein Problem, weil ich hab Sticks Und so geht, glaub ich, ne Axt Oder? Heißt das? Scheiße, ich muss mich beeilen Scheiße, scheiße, scheiße Nein, das ist doch keine Axt Warte, wie geht denn? Ah, nach unten wahrscheinlich noch So Ah, ja Päh Hast du eine hinbekommen? Alles aus dem Gedächtnis raus Jungs, es wird wieder dunkel Und ich wollte Holz Ein bisschen nachchecken Ah, da steht schon einer Ist nicht schlimm Ich hab noch ein bisschen Leben Den kann ich doch mit einer Axt bestimmt platt machen, oder? Was? Den einen Zombie Ey Ich wünsch dir nur viel Glück Du darfst kein Ding verlieren Was? Kein Leben Warum? Wie viel Herz hast du? Ich bin ja gerade gestorben Ah, achso, okay Weil ich geh wieder nach Hause Weil ich hab ein bisschen Flöten Meine Eier sind am Flöten Du hast Flöhe? Nein, nein Flöte Wir haben ja auch Schafe am Start, geil Hast du Holz abgeschlachtet? Nein, ich wollte, aber ich wurde abgelehnt Was machst du denn den ganzen Tag? Ich wurde abgelehnt Ach, du machst mich fertig Okay, jetzt mach ich Wo ist eigentlich unser Sascha? Sascha? Ja? Wo bist du? Ich mache hier Labyrinth Nein, ich sammle ein bisschen Erde Ich verfolge meine Vision Könnt ihr reinkommen, dann kann ich weiterbauen Nein, warte Ich brauche ein bisschen Holz erstmal Und dann komm ich Ah, ihr macht mich fertig Also ich brauche auch einiges an Holz Okay, dann nehme ich gleich ein bisschen mehr mit Ja, weil du hast Herzen Ist ja kein Stress, ey Ist ja kein Stress So Also so gesehen ist alles gechillt Ich hab Holz am Start Und ich hab Zombies Nein, hab ich nicht Ist gut Aber ich hab auch einen Kommentar Und zwar von Den hatte ich schon So Von Super Ronaldinho 10 Zockt die mal auf dem Klo Oder warum ist dein Aufnahmegerät so schlecht? Ja, das ist halt Das liegt am Karma Nein, nein Guck mal Das letzte Mal Bei der ersten Aufnahme Hatte Sascha zum Beispiel eine scheiß Qualität Dafür hatte ich bei der zweiten Aufnahme Richtig kacke Qualität Das hat die ganze Zeit so Geräusche gemacht Ja Aber wie gesagt Wir sind ja am Anfangen Und das lernen wir alles mit der Zeit Wir versuchen uns natürlich auch zu bessern Auch was die Soundqualität Und Aufnahmequalität angeht Und was weiß ich alles Damit das alles schön für euch Unterhaltsam bleibt Und keiner von euch Ohrenkrebs bekommt Oder Augenkrebs oder Sonst irgendwas Gut Ich geh rein Mach die Türe zu Schlaft ihr schon oder was? Ich warte auf euch Sascha kommt bestimmt nicht schlafen So wie ich die kenn Ich will nicht schlafen, Mann Ich baue hier meine Soundkrebs Ja, aber das ist leider zu egoistisch Das kann ich nicht tolerieren Warte gleich Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Scheiße bin ich Gleich Warum bist du dumm? Ich fall die ganze Zeit in den scheiß Keller Du bist dumm Du bist wie du bist 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 Hey, Jungs Der Sascha regt mich gerade auf Weil ich kann nichts machen Okay, ich komm schlafen Ich komm schlafen Mann, mein Zimmer sieht gerade echt gruselig aus Aber bis zum Anfang Ey, Bruder Was machst du da? Du hast einen Eimer da Wo? So Du hast einen Eimer Ja, aber Lava Eimer Ja, du kannst die Lava rausschmeißen und hat nur einen Eimer Also Was kann ich mit Lava machen? Ich liege im Bett Ich auch Warum so Stille Nacht Heilige Nacht Nacht So, jetzt geht's weiter Okay, ein Kommentar von Sven wie Sven Wie merkt Dima wohl dass er am Anfang schon 50 Eisen hatte Also wann merkt Dima dass er am Anfang schon 50 Eisen hatte Ja gut, das ist ja eh Die Geschichte ist vorbei Wir haben ja alles Nee, haben wir nicht Nee Ich hab sie doch gerade reingesteckt in den Offen Ah ja Aber ich Ich hoffe Wir sind jetzt alle zufrieden dass wir von vorne angefangen haben weil es haben sich wirklich einige aufgeregt und ich kann das verstehen dass wir die Sachen einfach übernommen haben von den Jungs die freundlicherweise für uns alle so schön gestaltet haben Das Haus war aber echt geil ziemlich geil aber unseres wird auch schön Irgendwann laufen wir nochmal dahin Scheiße Scheiße Bitte Scheiße Warum sagst du Scheiße das darfst du nicht Scheiße Ich hab Hühnchen gesammelt und dann hab ich sie vermehrt und dann hab ich sie freigelassen jetzt laufen die weg von mir Ja du bist dumm Ich muss sie wieder reinschutten Nein Okay Dima Scheiße Weg Hat jemand Getreide Ja, hab ich Dann sammle meine Hühner auf Scheiße Okay, warte Wo bist du? Scheiße Wo bist du, Mann? Die ganze Arbeit war für'n Arsch Okay, warte Ich komm zu dir Das ist so typisch Fabi, weißt du? Ist es zu spät jetzt schon, oder was? Ich weiß nicht, ich finde die nicht Warte, warte, hier ist eins Mann Hier sind die Ich bin ja auch dumm Hier, guck mal Komm mit, komm mit Komm mit Bis drin Ja genau, da oben muss eins sein Hier, ich mach die Türe auf Komm mit Ja, einfach oben reinlaufen, genau Hier, komm her Komm Komm, Hühnchen, komm Das auch eins Komm Ja genau, du machst das rein Ich geb dir auch ein bisschen Getreide, guck mal Komm, nein, das bringt nichts, was du da machst Doch, nimm du Komm Jungs, komm rein Du musst halt hinten laufen Genau Und jetzt zumachen Kommt das kleine Auto daher Komm, bitte, komm mit Du musst nach hinten laufen Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, lauf nach hinten Ah, ja War geil Kann man eigentlich rausspringen? Nein Nein, bei Zau nicht Okay Vielen Dank, sehr nett von dir Ah, ja, gern geschehen Boah, ich komm immer zu Hilfe Ghost, Bastard Was? Seid ihr im Haus oder wo? Nein, wir sind da unten Achso, okay, ich hab schon mehr Sorgen gemacht Du Scheiße, was macht der Junge hier? Ach du Scheiße Das hab ich ja gar nicht Boah, das hab ich ja gar nicht Boah So schweigendes Ding, aber übeles Teil gebaut Ja, voll fett Hühnchen, guck mal Schau mir ins Gesicht, Hühnchen Ja, Mann, ich krieg alles, was ich nicht so anschaut Du siehst einfach auch nicht besser aus Okay, ich muss kurz Kommentare checken Deswegen geh ich kurz raus Entschuldigung, Entschuldigung Okay, ähm Das nächste war Das letzte war Ähm Guck mal, von Mister 0000 Stefan 0000 Stefan, den kennen wir doch alle Ein Döner wär jetzt echt geil Ja, Mann, Stefan Ein Döner wär jetzt echt nicht schlecht Ey, du lügst Also, Jungs Mal ein kleiner Insider-Tipp Der Fabi möchte seit einer Woche Döner essen Ach was? Ohne Witz Und die zwei anderen Wollen einfach nicht mit mir Döner essen gehen Boah, also das ist jetzt unfair, dass du das sagst Weil ich würde auch gern Döner essen Ja, aber der Sascha sagt die ganze Zeit Nein, ich will keinen Döner, Mann Ey, ich hab zehn Jahre mit Döner verbracht Das kann nicht sein, Mann Boah, so ein schöner, saftiger Döner mit allem drum und dran Bisschen scharf Kannst du das ein bisschen genauer erläutern, wie zehn Jahre mit Döner verbracht hast? Hast du verheiratet mit Döner, oder was? Wir haben uns nur von Döner die letzten zehn Jahre ernährt Ne, wir hatten auch Nudeln aus der Dose Achso, Holz Scheiße Du kotcht mir ja an mit deinem Holz Du bist ja echt anstrengend Hier, nimm Nimm Warum so viel auf einmal? Nimm alles Danke, sehr nett von dir Ich brauche das alles nicht Hauptsache, du bist glücklich Nimm Knochen Nimmst du Knochen? Ja So So Nimmst du Knochen? Ja, warte doch kurz Hinter dir, kannst du abchecken dann Alles klar, sehr nett von dir Ahja Nimm es wieder dunkel draußen Also das mit dunkel werden ist ja echt anstrengend, Bruder Ganz ruhig Ich hab mir nur falscher Alarm Wir haben doch grad geschlafen, oder? Ganz ruhig, Mann, das war falscher Alarm Ja, wir haben doch geschlafen gerade Ich 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 Echt Der Dima Warte, aber ich Bist du aus Versehen auf deine Dinger gekommen? Hä, der verarscht uns doch Der ist gerade bestimmt in einer Disco mal mit Viber und so Ich spiel mit euch, weil jetzt Minecraft Der spielt mit Headset So Dima, man hört dich nicht Hallo Du musst ein bisschen lauter reden Scheiße, soll ich ein bisschen aufdrehen, oder was? Ja, jetzt ist gut wieder Okay Okay Ich glaube, das liegt nur an Skype wahrscheinlich Dass wir uns immer so komisch hören Weil Saschas Aufnahmen Wir sind auch dumme Kinder Saschas T-Pain Aufnahmen waren im Video gar nicht T-Pain, weißt du? Echt? Achso, ich war gar nicht Scheiße, jetzt hab ich mich blamiert Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich hab Sascha nicht blamiert, aber original Aber ist nichts Neues Ohne Autotune Das war schon Deine Stimme war ziemlich scheiße, ehrlich gesagt Ohne Autotune Echt? Ja, ist ja nichts Neues jetzt Tu nicht so ein Oh, Entdeckung gemacht Meine Stimme Stimme war sch... Boah Das scheiß tot Das scheiß tot Ja Okay, warte, hattest du Diamant dabei, oder so? Nein, 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 keine Diamanten Warte, 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 warte Warte Wie hast du das gemerkt, dass ich tot bin? Wo bist du gestorben? Oh, warte, warte Das ist schon der Beste Muss erst mal Oh Auch die Besten müssen sterben Warte, hör auf, Mann Ich baue diese ganze Warte, ein Schwert, warum sagst du nicht? Diamantenschwert Hallo Hallo Ich hab... Nein, das war kein Diamantenschwert Doch Aber das ist voll schlecht, das Werkzeug Fabi, hast du mit dem Schwert irgendwas gemacht, oder was? Guck mal, Fabi, er hatte die ganze Zeit ein Diamantenschwert Diamantenschwert Ja, aber damit hätte er wahrscheinlich auch noch Erde abgetragen, so wie ich den kennen den guten Bestimmt Ach du Scheiße Das ist kein gutes Werkzeug, Bruder Hoffentlich hat das keiner gesehen Scheiße, das kannst du machen dann Aber scharf ist nicht so effektiv, wir brauchen was zum Essen Hat jemand eine Kuh gesehen? Oder ein Schwein? Leider nicht Das ist von Deichkind Leider nicht Wie heißt das Lied? Ich kenn das nicht Von... Das ist von Simpsons, die Werbung Leider geil Aber weißt du, welches ich kenne? Ich bin leider geil Ich bin wieder hier bei dir Als Maul Kennst du Blümchen, kennst du nicht? Natürlich Ich bin wieder hier bei dir Mal eine andere Frage Ja Kennst du Deichkind? Ja, ich kenn es schon, aber... Ne Also jetzt so... Ne, das Lied kenn ich nicht Das ist schlecht Kennst du nicht die Werbung von Simpsons? Leider geil Der Sascha kennt die auf jeden Fall Ich kenn sie, aber ich kenn den Titel nicht Ah Das heißt Leider geil von Deichkind Echt? Ja, ich find's gut Guck mal, genau Das hab ich vorher gehabt Ich mach im Boden Mach ich unsere Kisten rein Ey, hat jemand Tiere gesehen von euch? Ja Ich hab ein Buch über Kühe in meinem Zimmer Ah, das hab ich gestern schon gesehen Das war sehr gruselig, fand ich Aber die Bilder, ich muss zugeben Die Bilder sind cool Hat jemand Tiere gesehen? Nein Kühe? Nein Oder sowas in der Art? Nein Ich bin ein bisschen verzweifeln Ich lauf grad durch die Gegend So So, aber das ist doch nicht schlecht Das ist schon nice irgendwie Okay, ich muss sie beeilen So Ich brauch was zum Essen Und so Hier sind 80.000 Hühner, Mann Was soll ich denn die ganze Zeit mit diesen Drecks Hühnern machen? Ich guck nur die ganze Zeit, dass es hübsch aussieht, einigermaßen Ja, aber so wie dein Zimmer aussieht Ich bin kein Architekt, ne, aber Naja, aber du hast Geschmack eigentlich Ja, ich komm ja, ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen Jetzt hast du mir schlechtes Gewissen gemacht und ich geh in mein Zimmer ein bisschen basteln Haha, jetzt sieht der Kellerscheiße aus Ne, ne, guck mal, also jetzt ist es eigentlich nicht schlecht Ich seh die ganze Zeit nur Schafe und Hühner Hier kann ich... Hat jemand ein Schwein gesehen oder eine Kuh? Ne Sicher, ich hab Pilze gesehen Hat jemand Pilze dabei? Mhhh Nein Ich hab sie, Sascha hatte sie Was ist passiert? Sascha hatte welche dabei Ich hab, der Beste ist dort, oder? Oh, warte, 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 wo warst du? Haha, Diamanten Lass mich raus, Mann Wo, 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 wo Komm hinterher, wenn du dich draust Ah, scheiß drauf Ach komm Du hattest keine Diamanten Ich hatte vier Stück dabei Nein Aus deiner Truhe Ne, oder? Doch Ist das dein Ernst? Ich hab's geklaut Das kannst du doch nicht machen, Mann Wieso nicht? Junge Das waren am Anfang mal meine Nein, hast du nicht, die sind noch drin Ja, ich hab noch mal vier Stück gefunden Eiei, aber kein Scheiß Ei, ei, ei Ok, ähm Der nächste Kommentar Ähm Ich find's witzig Fabi, Chef, der alles weiß Naja, der alles weiß Also das ist jetzt auch hochgepockert ein bisschen Dima weiß mittlerweile viel Dima weiß mittlerweile viel Also das ist schon gut, ne Das ist die Wahrheit Sascha, absoluter Nullchecker Ja, richtig, ey Bin einverstanden Bin dabei Naja, aber ich muss sagen Okay, das war's Hat schon jemand Kühl gefunden von euch? Wollen wir kurz schlafen gehen? Kein Ding, ich bin grad eh im Schlafzimmer Schön, schlaf mal zusammen Ich meinst du auf einem Bett oder was? Nein, nein, zusammen alle Ah, gut, okay Sascha, komm runter Ok, ich bin zuhause Das ist der Rhythm der Nacht Der Rhythm Der Rhythm Der Rhythm Oh, yeah Betriegel ist Gottes gut Nacht Ja, warte doch mal Nacht Fuck you Was schreibt denn Viel Spaß Ey, wer macht denn da unser See so kaputt mit dem Wasser? Sieht doch doof aus Yeah Bruder Wo bist du? Wer macht denn das mit dem Wasser hier? Okay, solange du löffst kann ich noch einen Kommentar von dir Guck mal, ein Kommentar von Zwiebeltierchen Zwiebeltierchen War das hier ein goldiger Name? Sascha wird zum König Sascha wird zum König Siehst du, wir haben gerade davon gesprochen, dass du immer besser wirst und hier steht Sascha wird zum König, Bruder Das war ein Zeichen Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht Dann bin ich Dalai Lama Das ist der Rhythm Der Rhythm of the Night Der Night Wer hat denn von euch am Ufer diese komischen Dinger ausgegraben? Ich nicht, ich bin die ganze Zeit zu Hause Ey, warte, warte, hast du was entdeckt? Ich hab wieder was zugebaut Ey, kannst du nicht zu Hause kommen? Zu Hause kommen Hallo, ich schlafe, könnt ihr bitte leise sein? Achso, ich schlafe Ja man, wir schlafen und warten auf dich die ganze Zeit Ich geh schlafen Ah, da ist der Mann zu Hause Ich geh schlafen Ja, endlich Ich kanns kaum erwarten, weiterzubauen Ich mach gerade eine Süre für euch zu Okay, ähm Null Gute Nacht Gute Nacht Null Seppnik Gute Nacht Gute Nacht Null Seppnik Null Schreib Null Seppnik Die Mal, das Summen geht nur mit dem Mod Der nennt sich Optifine HD Und den kenn ich ja auch, weil mit dem haben wir auch diesen Schatten-Mod gemacht Aber das Problem ist, ihr seht ja die Schatten sind gerade weg Guck mal, wenn man hochgehen kann Sieh schon das Sascha Wo bist du überhaupt? Wo bist du? Wo bist du? Am Wasserfall, beim Turm Ah, okay So geht es auch Genau, also die Schatten sind weg Man, die unterbrechen mich die ganze Zeit Ich seh, ich seh dich Du lügst doch Doch, ich seh dich, du bist oben, du bist ein kleiner Punkt, ein scheiß kleiner Punkt Und ich hab Ärger Ich hab schon wieder Ärger, oh man, oh man, oh man Also die Schatten sind weg, weil wir haben die neue Version von Minecraft Aber du hast Ärger 1.2.3 haben wir, ne? Und mit diesem 1.2 geht der Mod mit dem Schatten nicht Und wir müssen warten, bis die neue Version von Optifine erscheint Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie noch nicht da Und dann müssen wir noch warten, bis der Mod auch aktualisiert wird Und erst dann gibt's wieder Schatten Ich freu mich auch voll auf die Schatten, weil der sieht voll geil aus mit dem Schatten Ey, ich hab kein Schwert, Sascha Ich hab Diamanten, weißt Ja, gib mal ein Schwert, du Muschi, du bist drinnen, wir sterben hier Oh, oh, ich geh kämpfen, ich will auch kämpfen Ja, wir sind grad am sterben, Mann Wo? Draußen Oh, Sascha, lass mich Ich klär das Ja, helf mich doch Ist schon fertig, oder? Die sind schon alle weg Oh, Mann Warte, mit dem Wasserfall hast du mir gezeigt Wie kommt man da hoch? Einfach auf Leertaste drücken Oh, ich nehm noch ein Hühnchen mit Aber das muss man ein bisschen ausbauen, das ist ein bisschen doof Ich dachte, man kann da oben rausschwimmen, aber das geht nicht Hier sind mehrere Hühnchen, die nehm ich alle mit Hühnchen, komm her Hühnchen, komm her Kommt alle her, Hühnchen Schaf komm auch her Schaf nicht umbringen Ne Locken, oder? Ja Locken, also Schaf können wir auch gebrauchen, aber Ey Hühnchen, kommt alle mit, Bruder Schaf ist eigentlich nur für Dekoration zugute, weißt Hey, du brauchst mal ne ganze Treppe App, Mann Das war ne Treppe? Ich muss doch hier immer hochlaufen Achso, ich dachte, das wär so geheimnisvoll, weißt du Weil das so Ey Hühnchen, lauf dich weg, Bruder Warum sagst du die ganze Zeit Bruder? Ich, das sind alles Brüder, Mann Ah Ich will mein Kaffee Ich will mein Kaffee Ich will mein Kaffee